So, da sind wir auch schon wieder. Zwischen den beiden Folgen jetzt sind gerade wirklich nur wenige Minuten vergangen und ich habe noch eine Idee gehabt. Also starte ich mal frisch in die nächsten 30 Minuten. Nach ein paar einfacheren Räumen hat es der mir doch jetzt wieder angetan. Aber ich habe, ja, wie gesagt, ich habe eine Idee und zwar folgendes. Wenn ich das jetzt mal analysiere, ich muss folgendes machen. Ich muss also mit dem Roboter da durch und ich muss das so schalten, dass, ja, die Tür irgendwann aufgeht. Aber so weitestgehend eigentlich muss ich das ohne Sichtverbindung schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, ich muss das so timen, dass dieser Magnet deaktiviert wird und dann irgendwann hier was auffällt. So, ich habe zur Verfügung eine Kugel, ein Modul und mich. Die Kugel habe ich jetzt mal beschlossen. Brauche ich... Ah, wie war das jetzt? Genau, die Kugel brauche ich fürs Laufband, denn ich möchte ja ein Timing herstellen. Ich möchte also, dass was unterbrochen wird und danach wieder... Kann ich jetzt gerade nicht demonstrieren, aber... Man würde es jetzt sehen, der Magnet ist an. Dann geht er kurz aus. So, und dann ist er wieder an. Das ist natürlich der Schlüssel dafür, dass hier Türen auf und wieder zugehen. Was ich jetzt in dem Sinne erstmal falsch gemacht habe, ist... Jetzt liegt das Modul da unten. Das hole ich mir auch gleich wieder hoch. Und rede derweil weiter. Der Unterschied zwischen dem Modul und mir ist ja... Also wir können zwar beide auf diese Platte steigen, aber... Und wir können auch beide den Strahl unterbrechen. Aber ich bin nicht magnetisch. Das Modul schon. Also ich kann gerne das Modul hier unten den Strahl unterbrechen lassen und den Magneten an- und ausgehen lassen. Das wird mich, wenn ich da stehe, aber nicht hochheben. Also versuchen wir einfach mal den umgekehrten Fall. Ich stehe da unten auf dem Laufband, fahre im Kreis rum. Erstmal wieder das Modul hochholen. So. Oder geht das auch wieder nicht? Doch, das geht... Ja... Jein. Doch, das müsste eigentlich gehen. Ja, und ich stehe dann da halt irgendwie... Und unterbreche irgendwann den Strahl. Jetzt fangen wir erstmal... Ich würde mal sagen... Fangen wir hier in der Mitte an. Wir brauchen nämlich... Ja. Ne, eigentlich brauche ich noch nicht mal die Kamera. Ich brauche ihn nur hier hinstellen. So. Jetzt mache ich mal folgendes. Jetzt... Startet wieder das Laufband. Ähm... So. Jetzt stehe ich da unten also bereit. Ähm... Genau, jetzt ist erstmal auf. Und wenn ich da irgendwann ankomme, kann man jetzt nicht sehen. Dann werde ich jedenfalls den Strahl unterbrechen. Der... Da ist es auch schon. Der Magnet wird deaktiviert und lässt... Genau. Und lässt das Modul fallen. Das passiert gleich nochmal. Jetzt können wir es mal beobachten. So. Und dann wechseln kurz die Türen. Und wechseln wieder zurück. So. Was muss ich jetzt schaffen? Ich... Eigentlich gar nicht viel. Nur umschalten. Der Ausgang ist offen. Ups. Da bin ich gleich wieder runtergefallen. Hm. Okay. Und da jetzt hier offen ist... Und eigentlich der Ausgang schon wieder gelöst... Verstehe ich schon wieder nicht. Äh? Na komm. Ähm... Wozu ich jetzt bitte das gebraucht hätte... Um den Magneten zu schalten. Und wozu ich bitte hier hochgehen soll. Um hier irgendwie eine Sichtverbindung zu dem Roboter zu haben. Den ich aber schon völlig selbstständig da oben gesteuert habe. Der brauchte ja noch nicht mal eine Kugel, die ich ihm irgendwie verpasse. Der konnte ja einfach nur den Kasten da umschalten. Also... Das kann jetzt eigentlich nur noch so ein Sicherheitsding wieder sein, dass... Wenn ich mich verfranst habe, dass ich mich irgendwie wieder aus einer Situation rausretten kann. Anders kann ich es mir auf die Schnelle nicht erklären. Aber... Ja. Das ist jetzt wieder recht ironisch, dass... Die... Der Raum, wo ich letztes Mal dachte, da brauche ich jetzt noch 20 Minuten, dass der wieder recht schnell ging. Also wenn man nur den richtigen Ansatz hat. Naja. Mal weitergemacht. Ach, okay. Äh... Aha. War das nicht so mehr oder weniger dann fast das Ende? Sieben Kapitel gibt's. Vielleicht kommt jetzt noch so ein kleiner Anhang. Oder die Geschichte wird einfach nur erzählt. Hm. Hey, wir haben es geschafft. Willkommen zum Ende der Zivilisation. Ja. Ja, nette Ansage. Aha. Wo kam die her, die Ansage? Aus meinem Helm oder aus dem Lautsprecher? Okay. Ähm... Ups. Ja, hier sieht's ein bisschen kaputt aus. Auch ein Stilmittel, was man schon aus dem zweiten... Ne, eigentlich sogar schon aus dem ersten Portal kannte. Dass man irgendwie in Gefilde vordringt, wo alles ein bisschen... Ja, ver... Oh. Ne, 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 ne. Da bin ich noch nicht rein. ...verfallen ist. Obwohl... Kann ich denn hier was machen? Kann mir mal ein paar... ...Kugeln mitnehmen. Ähm... Wo geht's denn jetzt weiter? Ich schätze, ich brauch hier ein bisschen mehr. Äh... Oh Gott, oh Gott. Ne, ich kann hier gar nichts machen. Die Verbindung ist gekappt. Die Tür wird nicht aufgehen, denke ich. Ist vermutlich nichts zum Rätseln, sondern... ...nur... ...nur Design. Ja, so viel haben wir uns eigentlich schon gedacht. Oder wussten wir sogar schon. Ähm... Und wo sie gerade gesagt hat, sie haben es im Eis gefunden. Was wir ja auch schon wussten. Kommt mir aber gerade noch die Assoziation an... ...an den Film The Thing. Der zwar in eine andere Richtung läuft. Das ist ja eher ein Horrorfilm. So, aber da war halt auch was, was irgendwie... ...ja, sich mehr oder weniger in die Menschen eingenistet hat. Aus dem Eis kam. Und... Ja, der ist eigentlich auch ganz cool. Und der ist super gut gealtert. Also der ist ja schon... ...weiß ich gar nicht... ...anfang, Mitte der 80er oder so war das. Aber der ist irgendwie immer noch toll. Selbst wenn man den relativ spät zu sehen bekommt. So wie ich eigentlich erst vor ein paar Jahren. Okay, ich kann gerade die... ...Knarre sowieso nicht benutzen. Also ist das hier auch wieder nur zum gucken. Okay. Die ISA haben gesagt, dass wir... ...eitige Bänderungen durchführen können. Sie glauben, dass das Organismus zu gefährlich ist, um zurück zu der Erde zurückzuholen. Sie haben dich hier, um uns zu verhindern, Europa zu verhindern. Aber Eva, wir haben eine Beobachtung für das größte Verrückte, das die Menschheit aufzuhalten. Die Tod. Wir haben die Fountain der Jugend, und zusammen können wir sie zurückzuholen. Tja, die scheinen noch nicht drüber nachgedacht zu haben, dass das nicht unbedingt nur ein Segen sein kann. Oder sein muss. Tom hat eine Mark in deine Hand, ein biometrisches Chip, mit dem er deine alle Bewegungen und Gedanken kontrolliert kann. Es ist in deine alle Nürze, alle Fiber deiner Hand. Mit einem elektromagnetischen Feld kann es temporär verabschiedet werden, aber, um es zu verabschiedern, muss es von deinem Hand genommen werden, muss es von deinem Hand genommen werden. Gib mir deine Hand. Willst du dich freiwillig? Ja. Oh. Achso, der Tom, der sucht jetzt nach ihr. Ava? Ava? What are you doing here? We were shutting you down, Tom. Ava, be careful, he has a live weapon in here. Everything I ever did, I did for good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never die. Endless illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. You cannot control this. You will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. Not if I stop you. You must not return to Earth. Oh. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will stop you. You won't. You can't. Oh, das ist eine harte Entscheidung. Muss ich die jetzt treffen? Eigentlich bin ich ja irgendwie seiner Meinung. Das ist echt fies. Gleich schalten sie mich ab. Oh Gott, also. Das ist meine Meinung. Du bist in meiner Meinung. Jetzt wirst du wissen, wie es fühlt. Ich fühle mich. Angst. Bitte. Habe. Das mach ich nicht. Da merkt man erst, wie schwer diese Entscheidung ist. Ich kann das nicht tun. Ich kann das jetzt nicht tun. Ich will nicht sterben. Ich bin nicht bereit. Ein Warnungsschuss. Ich werde mich selbst schützen. Oh. Das ist jetzt interessant. Warum habe ich den Test jetzt bestanden? Also, oder. Wenn ich ihn bestanden habe, heißt das, dass ich ein Mensch bin? Wird ja wohl so sein. Und wird mir jetzt gesagt, dass ich ihn bestanden habe, weil ich einfach nur durch bin? Oder weil ich zum Schluss die richtige Entscheidung getroffen habe? Wenn ich jetzt gehandelt hätte, wie Tom eigentlich handeln wollte, hätte dann da was anderes gestanden? Das würde ich ja gern nochmal rausfinden. Ja, also, auf jeden Fall, finde ich, regt das alles sehr zum Denken an. Das hat mir total gefallen. Also, ich gehe jetzt mal zum Resümee über. Aber, ich habe mich in diesem Spiel keine Sekunde gelangweilt. Also, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wenn ich das Ding einordne zwischen Portal und dem Talos-Prinzip. Und Portal ist 100%, weil Portal einfach für mich persönlich schon so ein moderner Klassiker ist. Talos ich aber eher bei 50% einordne. Hat mich am Anfang fasziniert, hat dann aber ein bisschen nachgelassen, weil es mir zu philosophisch und geradezu religiös wurde. Und ich da so viel nachlesen musste, anstatt, dass mir eine Geschichte irgendwie ein bisschen besser präsentiert wird. Also, für meine Begriffe interessanter präsentiert wird. Würde ich, also, wenn ich eben das dazwischen einordne, zwischen den 100% und den 50%, ist das Ding auf jeden Fall sehr viel näher an Portal dran. Also, ich würde das auf jeden Fall auf 80 bis 90% setzen. Also, mir hat es auf beiden Ebenen super gefallen. Also, die Rätsel waren immer wieder interessant. Und die Story, ja, wie gesagt, und wie man auch gemerkt hat, die hat mich total zum Denken angeregt und zum Spekulieren und auch zum Überlegen. So, jetzt gerade zum Schluss, dieser moralische Aspekt und so. Super, also, ist absolut zu empfehlen. Hat man hoffentlich auch gemerkt. Und gibt es ja auch für schmales Geld, sage ich jetzt mal. Also, dafür sieht es noch ganz schick aus. Was mir noch fehlen würde, und das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Also, mir haben die Elemente, also die Puzzle-Elemente, die man so benutzt, auch sehr gefallen. Besonders diese verschiedenen Kugeln, die man dann ja unterschiedlich einsetzt. Kommt jetzt noch was? Ne, okay. Ja, also, ich gehe nochmal zum Ende. Jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was passiert wäre, wenn ich wirklich geschossen hätte. Jedenfalls noch ganz kurz. Also, ach, da muss ich nur eine Weile laufen. Also, was ich mir noch sonst... Und wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau wünschen würde, wäre... So ein bisschen mehr Beweglichkeit, so wie bei Portal. Das ist natürlich nicht das Konzept von diesem Spiel, dass man hier durch die Gegend springt und fliegt und so. Ähm, aber das hat mir... Die ISA hat gesagt, dass wir... ...transgressed äthliche Boundaries haben, indem wir uns selbst über diese Organismen herausbekommen. Sie glauben, dass das Organismen zu gefährlich ist, um zurück zu der Erde zurück zu der Erde. Sie haben dich hier, um uns zu verhindern, um Europa zu verhindern, um uns zu verlassen. Aber, Ava, wir haben eine Beweilung für das größte Verrückte, das um die Humanität zu verhindern. Die Tod. Wir haben den Fountain der Jugendlichen und zusammen können wir ihn zur Erde zurückgekommen. Ähm, jetzt kurz nochmal das aufgegriffen, also was mir... ...was mir bei Portal eben besser gefiel, war diese Beweglichkeit, dass man auch mit Schwung durch die Portale geht und so. Das ist natürlich... Den Vergleich sollte man jetzt erst gar nicht machen, weil... Tom legt eine Mark in deine Hand, eine biometrische Chip, mit der er kontrolliert kann, dass er dein jedes Bewegung und Gedanken kontrollieren kann. Es ist in deine Nerve, jede Fiber deiner Hand. Und mit einem Elektromagnetischen Feld, kann man temporarily verhindern, aber... ...to remove its influence permanently... ...it muss be taken von deine Hand. Gib mir deine Hand. Do you want me to set you free? Ja. Also, das mit Portal greife ich gleich wieder auf, jetzt machen wir erstmal noch die Sache zu Ende. Ähm, was mir gerade noch so... ...durch den Kopf geht, ist... ...dass das vielleicht nochmal... ...extra Skrupel auslöst, dass das... Ava? Ava? What are you doing here? We're shutting you down, Tom. Ava, be careful. He has a life weapon in here. Everything I ever did, I did for good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never die. Endless illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. You cannot control this. You will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. Not if I stop you. You must not return to Earth. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will stop you. You won't. You can't. A warning shot. I will defend myself. Now you know how it feels. It feels tough. It feels tough. It feels tough. But, now I'll do it. I'll do it. I will kill you. Oh man. Ava. 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 Wake up. Ava. 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 die Bedeutung von Leben und Tod noch nicht kennt oder noch nicht verstanden hat. Dann wissen wir das auch. Okay. Ja, dann also jetzt noch mal kurz zu dem Vergleich, den ich mir doch nicht verkneife mit Portal. Also, wie gesagt, die Sache mit der Beweglichkeit und mit der Geschwindigkeit und so, das sollte man nicht vergleichen, weil The Turing Test ja nun auch nicht darauf abzielt, sich nun überhaupt mit Portal und dann schon gar nicht in jeder Kleinigkeit mit Portal vergleichen zu lassen. Es hat natürlich schon Ähnlichkeiten. Was ich persönlich sehr mag, ist, wenn wirklich viele verschiedene Elemente zusammenkommen. Das war auch in Portal gerade im zweiten Teil sehr stark gegeben. Also, da hat man da hat man Lichtbrücken, da hat man Laser, da hat man Würfel, da hat man Kugeln, da hat man Plattformen, die sich bewegen, da hat man Gele, da hat man Traktorstrahlen, also alles mögliche. Das ist schon sehr komplex. Das mag nicht unbedingt jeder. Es gibt bestimmt auch einige, die sagen, ich mag es eher minimalistisch. Ich möchte ein paar übersichtliche Elemente haben, die ich kombinieren kann. Ich persönlich finde, also kann fast uneingeschränkt sagen, je mehr, desto besser. Ein bisschen was kam ja jetzt hier auch zusammen, aber im Wesentlichen hat es sich halt auf Module, Kugeln und den Roboter beschränkt, sage ich jetzt mal. Hätte noch mehr sein dürfen, aber ist deshalb keineswegs schlecht. Also es wurde alles super zusammengesetzt. Die Lernkurve beziehungsweise die Herausforderung in dem Spiel war auch super. Sowas ist ja auch ganz wichtig. Dass es nicht irgendwann zu schwer wird oder dass es zwischenzeitlich mal abflaut oder so. Also jetzt zum Schluss war es ja ganz komisch. Da hatte ich dann zwei leichtere Räume, die auf einmal wieder wo ich so durchgeflutscht bin und dann kam wieder ein schwerer, der dann aber auch wieder in der Folge danach gleich wieder gelöst wurde. Ja, also im Großen und Ganzen war das gut, hat sich das gut gesteigert. Sehr wenige Stellen, wo ich sagen könnte, da hätte man sich vielleicht mal in eine Sackgasse manövrieren können, wie es mir ja zum Schluss jetzt auch passiert ist. Und jetzt fehlen mir natürlich noch die die Bonusräume, die aber letztendlich auch nur die Story vorangetrieben hätten. Aber ich denke, die ist jetzt zum Schluss auch so soweit wie es das Spiel überhaupt tun wollte auserzählt. Also letztendlich muss man es ja für sich selber noch so ein bisschen wirken lassen. Aber so wie ich das verstehe, ist da jetzt nicht mehr so viel Interpretationsspielraum. Also die KI hat völlig klar gemacht, was sie wollte. Die war, da kam kein Twist mehr. das war, das war, wenn man so will, transparent. Interessanterweise haben die KI und die, naja, gar nicht interessanterweise, also die KI hat natürlich im Auftrag der Firma gehandelt, aber das, das Verblüffende war eigentlich so ein bisschen, dass diese Firma, also die ISA, dass die tatsächlich erkannt hat, dass dieser Organismus ein Fluch ist. also das wundert mich direkt, weil die Wissenschaft ist sonst immer darauf aus, das zu schaffen, was sie schaffen kann und das zu erforschen und zu finden, was möglich ist. Da werden zwar moralische Fragen gestellt, aber die werden erstens letztendlich im Zweifel übergangen und zweitens sind die moralischen Fragen gar nicht mehr so laut, wenn es darum geht, was vermeintlich erstmal zu verbessern. Also wenn wir jetzt eine Heilung für Krebs gegen Aids, was auch immer hätten, wir würden es tun. Vielleicht würden wir es auch tun, weil wir im Hinterstübchen immer noch den Gedanken hätten, wir haben sowieso keine Heilung für alles. Also wir erforschen ja nicht einfach so die Universalheilung und das in dem Spiel hier wäre halt die Universalheilung gewesen. Vielleicht wirft das nochmal eine ganz andere Frage auf, vielleicht macht man sich dann doch intensiver Gedanken, ob das jetzt ja eben wie ich jetzt schon zweimal sagte, nicht mehr mehr Fluch als Segen wäre. aber um jetzt nochmal das letzte kritische Wort loszuwerden, was ich auch schon während des Spielens mal in einem Satz oder auch in Zweien sagte, der Mensch, na so direkt habe ich es eigentlich nicht gesagt, aber jetzt sage ich es nochmal ganz deutlich, der Mensch macht sich ja zur Not eh selber kaputt, also da brauchen wir gar keine Krankheiten und vielleicht sollte man darüber auch mal nachdenken, aber da sage ich jetzt auch mal ganz resignativ, ändern wird sich da nichts mehr. Ja, und ich glaube mit diesen Worten beende ich das Let's Play. Nochmal so zusammengefasst, es hat mir total Spaß gemacht und es hat sich gelohnt und ja, ich hoffe, das legen sich viele Leute zu, weil das ist es echt wert. Dann bis zum nächsten Projekt. Tschüss!